Okay, es geht weiter, Leute. Ja, ich hab's schnell gemacht, diesen Schlüssel. Ach, verdammt, ich hab ein scharfes Essen gerade gegessen. Meine Zunge, boah. Siegegegner, starten zusammen, bringen, okay. Ähm. Ja, wir sehen cool aus mit unseren Flügeln. Aber was sind das für Gegner? Was ist das? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Neben der Stachel. Ähm, nein. Ja, das kommt jetzt zu uns. Nö, 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 nö. Ach, ich muss erst töten, oder was? Boah, fick dich, ich dring dich jetzt um. Waffen, nein, Schwert, ähm, das hier. Jetzt noch das Schild dazu. Schild die Leine, wo bist du denn? Nicht die Bombe. Auch nicht diese Bombe. Auch nicht diese Waffe. Auch nicht diese Waffe. Ja. Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. So und so. Drecksbalk. Ähm. Hä? Achso, ich dachte schon, kann das nicht ziehen. Ähm, ja. Tanz vor mich rum. Fick dich ins Knie. Was? Äh, war das jetzt alles, was ich machen musste? Leck mich doch. Oh, Mann. Okay, raus mit mir. Betätige alle Schalter. Nutze alle, was, Sprungschanzen? Ach du Scheiß, was ist das für eine Tür? Ähm, ja. Ist klar. Ist klar. Ich habe ja sowieso nichts anderes zu tun als das da. Hä? Okay. Waffen. Hammer. Ausrüsten. Okay. Ähm. Anscheinend muss ich das so ja machen. Karte. Und so. Habe ich jetzt den Schalter gedrückt? Keine Ahnung. Und so. Achso, so muss man das machen. Okay, ich verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay. Jetzt muss ich das hier drücken. Okay, geschafft. Ähm, ja. Das haben wir jetzt auch geschafft. Super. Und eine Bronzemünze bekommen. Wir können jetzt da hin. Was ist das denn? Das ist 9. Okay. Wie siegale Gegner. Was ist das für ein heiliges Siegel? Ähm. Okay. Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ähm. Waffen. Schwert. Ja. Okay. Das haben wir jetzt auch. Komm her. So, so. Habt ihr gerade gesehen, wie viel Schaden das macht, Leute? Ähm. Wie komme ich an diesen Teil da oben? Fick dich, du scheiß Kugel. So, so. Okay. Weg. Ach. So. Fick dich ins Knie. So, so, so. So, so, so. Ach, das ist langweilig, Leute. Aber was soll man machen? Wenn das so einfach ist und ich bin einfach zu übermächtig. So. Stirbst du auch mal? Was machst du hier? Hier Kitzel rein, du Spast. Ähm. Ja. Das haben wir jetzt auch geschafft. Wer erzählen wollte? Ich hab doch mal getroffen. Verdammt. Ich kriege Silber. Verdammt. Okay. Aber was zum Teufel ist das? Kann ich da hoch? Hä? Was zum Teufel ist das? Hm? Was ist das? Okay. Ziel ist das? Platz 10. Bitte hier ist egal. Schalter. Start zusammenbringen. Ähm. Nee. Ich bring mal... Ich drück erst mal alle Schalter. Ich hab keinen Bock drauf. Hier. Geschafft. Das geht doch immer schnell. Ähm. Scheiße. Egal. 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 Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Das ist gut. Was? Hier ist ein Weg? Ich höre irgendwas Böses. Was zum Teufel... Achso. Hä? Was zum Teufel ist das denn? Was bist du denn denn? Wie bist du denn drauf, Macker? Mumien first, okay. Geschafft. Verdammt. Was ist das für einer? Mumien first, okay. Hm. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Das ist doch gut. Was? Das lebt noch. Ähm. Okay, okay, okay. Ich kann es... Ich kann es bestimmt schwächen. Wie diesen Riesenfettsack. Nein. Monster. Untoter. So. Ach. Jetzt muss ich wieder suchen. Ah, hier ist der. Und Tags, was ist seine Schwäche? Er kann Feuer nicht widerstehen und verliert seine Kräfte, wenn er von Flammen und... enthüllt wird. Aha. So ist es also. Du hast Angst vor Feier, Leute. Okay. Das können wir doch einrichten hier. Das ist kein Problem für mich. So. Und das Eisen kommt mir gerade recht. Das brauche ich auch langsam. Und besiegbare Mumien first. Ach, das mache ich später. Das ist jetzt... Es ist einfach zu spät jetzt etwas. Das ist eine Zeitverschwendung momentan. Für meine kostbare Videozeit. Hm, okay. Warte, was stand jetzt da? Verdammt, ich habe nicht gelesen. Stand jetzt, ich soll jetzt alle Gegner besiegen oder was los? Ja, ich soll alle Gegner besiegen. Ähm. Okay. Die Gegner können auf die Starren, aber ich nicht. Okay. Fick dich ins Knie, du... Boah, fick dich. Ja, besieg alle Gegner. Das ist kein Problem, finde ich. Kämpfe mit Obsidian-Waffen. Obsidian-Waffen. Was meinst du damit, Leute? Äh. Ja, komm her. Das haben wir jetzt auch geklärt. Achso, ich soll mit Wurfmessern kämpfen. Kein Bock. Kein Bock. So geht es auch besser. Ach, fick dich. Ähm. Komm her. Komm her. So. Ähm, ja. Du bist so dumm und kommst noch extra zu mir, um zu sterben. Das haben wir jetzt auch gemacht. Aber da gab es noch ein paar Türen, wo ich nicht reingegangen bin. Das muss ich auch mal gleich angucken. Bronze. Was gibt es hier? Und alle Schalterfarben... Was? Was soll ich machen? Hä? Ähm, ja. Hallo, was soll ich jetzt machen? Ähm, ja. Weiter hoch, denke ich jetzt mal. Hä? Was zum Teufel verlangen die jetzt von mir? So. Okay, jetzt. Ähm. Okay, Karte. Ähm, ich verstehe jetzt nicht, was ich jetzt machen soll, Leute. Ich verstehe es ganz und gar nicht. Ah, okay. Soll ich jetzt vielleicht so? Hä? Leute, was ist mein Ziel? Was zum Teufel ist mein Ziel hier? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz und gar nicht, was mein Ziel hier ist. Okay. Okay. Achso. Fick dich doch. Okay. Verdammt. Okay, wenn das so ist, muss ich das dann ganz schnell machen. Okay, komm. So, rüber damit. Jetzt schnell auf die andere Seite. Ordne die Farben zusammen, ist klar. Ich habe es geschafft eigentlich, oder nicht? Hä? Leute, was verlangt ihr mir von mir? Ich verstehe es nicht. Was wollen die von mir? Hä? So, so. Hä? Okay. Hä? Was freuen die von mir? Okay, gelb. Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz und gar nicht. Was ich hier machen soll, ich verstehe es nicht. Das ist einfach zu dämlich für mich. Okay, warte. Ich kann das doch irgendwie von schräg da ankommen, oder? Fick dich doch. Ah, die Zeit ist sowieso abgelaufen. Verdammt. Egal, das will ich noch in diesem Video schaffen, dieses scheiß Rätsel hier. Mann, das Spiel ist schwer. Oder ich stelle mich nur blöd an. Ich glaube, ich stelle mich nur blöd an. Okay. Warte, vielleicht jetzt rot. Kann auch sein. Vielleicht will er jetzt rot sehen. Und ich will zu rot sehen. Ja, er wollte rot sehen. Ja, ich weiß, ich habe nichts bekommen. Schande über mich. Ich weiß, Schande über mich. Ich gehe wieder raus. Da gehe ich nicht rauf. Okay, ich gehe jetzt mal wieder zurück und kum mir noch die andere Gänge an. Pharao, bist du noch da? Nein, der ist weg. Aber wenigstens habe ich einen Einzel-Gan. Das ist gut. Ähm. Nein, hier war es doch nicht. Hier war es noch nicht. Okay. Irgendwo links war es doch. Was ist das für ein dicker Stein? Ähm, ja. Vielleicht hat er eine Bedeutung. Vielleicht auch nicht. Okay, hier kann man... Betätige alle Schalter. Ähm. Ja. Ist klar. Ist klar. Ähm. Waffen. Geschoss. Ja, das will ich doch haben. Das ist doch klasse. Das sieht doch schön aus. Nee, 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 nee. Karte will ich. Das will ich. Das ist doch gar... Ähm. Ja. Den habe ich schon... Den habe ich schon eins gegännt. Ja, das habe ich jetzt auch. Fick dich doch. Ah, getroffen. Jetzt muss ich ganz nach oben. Aber erst im nächsten Part. Tschüss.